Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Kurzvideo. Heute geht es um die Leistenfüller bei so einem Wohnmobil oder Wohnwagen, gerade bei den Oldtimern. Und zwar tausche ich hier gerade bei dem Hymamobil von 85 diese Leistenfüller und wollte euch einfach mal so einen kleinen Trick zeigen, wie man die vernünftig da reinkriegt. Das sind ja im Prinzip so Gummis, die werden hier in dieses Profil geklemmt und ich behelfe mir da einfach mit so einer Düse von einer Silikonkartusche. Die habe ich auf die Breite geschnitten, wie das Außenmaß ist und da kann ich die jetzt einfach ganz einfach ein bisschen Silikonspray drauf machen und dann kann man das hier einfach so lang ziehen und der Keder oder dieser Leistenfüller drückt sich super in die Leiste rein. Geht mit zwei Händen natürlich besser, aber das so als kleiner Tipp, einfach so eine Düse nehmen als Einziehhilfe, ein bisschen Silikonspray dran. Ich verlinke euch den Keder hier oder diesen Leistenfüller, ist extra für so Klassiker und Oldtimer in der Videobeschreibung. Bis demnächst, ciao! ... ... ... ... ...